Und da sind wir wieder, mit einer neuen Folge von Owlboy. Und hier werde ich es wieder versuchen voranzukommen. Wow, wow, wow. Warte, was? Hm. Hm. Super. Ah, verdammt. Wie geht gar nicht jetzt zu? Weil ich jetzt schon. Hä? Ah. Ah. Das war's. Das war's. Das war's. Oh man, ich weiß nicht, ich hasse diese Feuerfiecher da. Oh man, ich weiß nicht, ich weiß nicht. There has been some infighting. The architects have left the project. We have been banished from the continent and work continues. The light cradle is operational and we have all the power that we need. The construction of the hex machine itself has been delayed due to the immense complexity of the structure. I hope I will see construction in my lifetime. Oh, lol. So, one is... Wehe, deine Typie kommt jetzt in Klautenmeer. Hier ist es weg. Wehe. Hier ist es dort, Junge! Dort! Hier ist es gut, Junge! Hier ist es dort! Hier ist dort! Oh! Isn't one troopy? Boop-ala! Sorry, not sorry. Okay, take it just one at ten. Ja. Aha. So, ne, komm, ich gehe zuerst hier unten hin. Boah, ist das wieder ein riesiges Gebiet hier. Von da komme ich. Hier geht es irgendwo hin. Hier unten sind die Welt. Ah. Ah, ne, warte, von hier aus komme ich. Hä? Jetzt. Was? Ah, ja doch. Stimmt. Ah, okay, gut, dann gehe ich mal hier nach links. Woa, 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 woa. Seedish, ja. Sag noch, sieh ja. Oh. Oops. So. Aha. Ok. Links. Ah, hier ist noch eins. The hex machine is beginning to take shape I'm not sure anyone full understands the design anymore but initial tests have been successful the light cradle is over capacity and we are drawing power from the continent itself we will fire up the hex machine within a few years when little relics are charged I wish my father could have been here to see this Oh cool Obst yay yum 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 Ah, that is with the screws here. Ah, okay Well Well I love you I love you I love you I love you Ah. Sorry, Affe. Oh, ja. Jump. Hmm. It's a disaster. It's a disaster, it's a disaster, it's a disaster. It goes on like that for a while. Okay. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh. 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 Oh, nö. Das sind die Bühne auch zu. Oh. Die Lava geht abwehren. Yay! Hm. Stimmt. Ich würde auch darauf kommen können. So spin, spin, spin. Cutscene. Oh, curious. These displays are showing some thematics along with a log. It says, the hex is complete. The world is destroyed. Stupid. The world is destroyed? What does that mean? Hmm. The hex is complete. The world is destroyed. Looping. Well, the world is definitely still out there. I wonder what else we're doing in here. Sounds like work of madness. I don't want to stay in this place any longer than we have to. Let's just get this relic before they do, then get out of here. Okay. Oh, hier, Frucht. Yay! Futter! Boah, Mann. So langsam, so langsam kann ich echt mal, äh, Nahrung gebrauchen. Find da irgendwo was? Vielleicht? Ich brauch definitiv hier irgendwas zu futtern, sonst, äh, bräsch, platt. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 was ist ja jetzt nicht anders kommen könne die cutscene ah a 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 Ah, man. Wow. 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 Nein. Nein. Ah, Mann. Ich muss anfangen, mal meinen Kollegen hier zu nutzen, meinen Robofreund. Gut, ich würde dann sagen, skippe ich das hier wieder und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao. 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 Ciao.